Fanuel. Fanuel ist einer der Engel. Fanuel kann mit F geschrieben werden oder auch mit PH. Fanuel ist einer von vier Engeln der Gegenwart. Fanuel wird auch manchmal als Aspekt von Uriel bezeichnet. Fanuel gilt also als derjenige, der jetzt hier ist. Fanuel ist der Name des vierten Engels, der im Buch Henoch bei Gott steht. Und hier wird auch gesagt, dass Fanuel, also im Buch Henoch, mit Michael, Raphael und Gabriel im Volk Gott steht. Fanuel wird manchmal auch geschrieben mit P, Panuel. Es gibt auch Paniel. Es gibt auch Peniel, Orphiel mit F oder auch Orphiel mit PH. Fanuel heißt wörtlich das Gesicht Gottes. Er wird also auch beschrieben als eine der vier Stimmen, die Henoch gehört hatte, der Gott gepriesen hat.